Ich hab das falsche Auto, das ist jetzt nicht so. Oh oh, Rennen geht los. Ich hab keine Erfahrung mit dem Wagen. Ich weiß gar nicht mal wieviel Runden, weiß das jemand? Ich hoffe nicht zu viele. Was fahrt ihr? 10 Runden, dann nehm ich hart. Waren alle hier oder was? Sind die am Tee? Ja, ich denke. Kommt gleich, du hast immer noch mal so. Ja, du hast immer noch mal ein paar Minuten Zeit oder ein paar Sekunden Zeit um das Ding einzustellen in das Setup. Ich stell jetzt mal nix ein, also ich hab gar nix eingestellt. Was für ein Platz bist du denn? Was bist du? Ich hab keine Ahnung. Wieso wirst du raus? Der Easy Rider. Ach du bist vor mir. 7, 6, 5, 4, 3, wo bist du denn? Ich hab keine Erfahrung mit dem Wagen. Das sieht schon mal echt übel aus. Ich mein, das ist so schwer, ey. 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 Das ist so schwer. Ich glaube, ich kann nicht mehrアnhem werden, der hat den im Auto geht es gar nicht mehr missbraucht. Oh Gott. Oh-ho-ho-ho-ho-ho. Oh-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho. 's das Kumpel auf dem Wagen ist richtig rechts Ikkode zu dem Wagen ist ganzkannt. Ich könnte mich erst ein bisschen ein eigenes devotee. Oh. Langsam aus gar nicht. Das ist ein V8 oder so. Meiner hat ihn gerade echt irgendwie… keine Ahnung. Perfekt, das ist für ein Boot. Ey, das Ding kannst du ja nicht fahren, das ist ein Blödsinn, ey. Ich sag nicht. Ich bin ein langes Abenteuer. Ey, das kannst du nicht fahren. Ich bin ja ein bisschen überfordert, ne. Wo ist denn der Chris? Oh, das ist nicht meine... Ich muss dampfen. Was? Ja, ja. Bist du? Ich bin weit vorne. Wo ist denn vorne? Welche Fahr warst du denn? Oh, sch... So gelb, irgendwie sowas. Ach, der ist vor mir. Wo ist denn Easy Drive? Ah, T3 heißt. Da bin ich der, der dich gerade verfolgt. Werf, der ist einfach da, was du. Wie ist denn vor mir? Wie ist denn vor mir? Wie ist denn vor mir? Ja, ja. Wie ist denn vor mir? Ja, ich bin ja. Wie ist denn vor mir? Wirklich? Ja, ja. Wie ist denn vor mir? Oh, 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 oh. Warte, Abkiss, du drehst dich auch nochmal. Boah, ich schlag so gut, Alter! Ich brenne auf der Straße. Und da kommt die Nervosität, weißt du. Nein, was ist jetzt los? Vor allen Dingen kenne ich nicht die Strecke, ey. Ja, es ist alles gut. Bar, das Bar kenne ich. Auf minimale BMP-NZ zu einem Service. Lautus Exus. MP4 SLS. Moment. Amen. Was bin ich für eine Zeit gefahren, Raiden? Ich bin nicht mehr auf dem Server. Oh, das ist ein geiles Server hier. Der, der Dings, ey. Die fangen eben von Abwand. Der Wahnsinn. Strecke Monza? Ich kann es gar nicht sagen. Ja, wir können ja gleich mal da drauf, wenn du willst. Ich weiß ja nicht. Das Monza? Kann man mit in einem Reden fahren gehen, oder was? Der ist nicht. Hey, Chris. Ja. Schreib es mal auf. Ich kann gerade nicht. Wir fahren Rennen. Ja. Ich geh jetzt hier ein Zimmer. Ja. Dann merkt ihr, wie der Server heißt, oder schreib auf und dann komm ich da noch rein nach dem Rennen. Das geht jetzt so. Okay. Mal so. Mal gucken. So, ups. Wandel. Ich mach schon genug Fehler, die ich ausgleichen muss, ey. Ja. Ja. Ja, das ist immer, oder? Wenn der Monster. Nein, bis jetzt los, Alter. Aber jetzt ist qualifizierend. Ich glaube, das ist wohl für mich, weil ich kann das auch ausgleichen. Ich suppe nicht vielleicht nicht auf dem Euro. Höhe, Höhe. 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 Ich glaube, das sind Pros, das sind alles italiener, ja. Mein Gott, was hat denn da? Ein paar Finale kommen, ist ja wahr. Oh, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Oh, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Wie gesagt, merkt den Namen, ich komme danach dran drauf. Alter, was macht denn der da vorne, Alter? Okay, dann stehe ich jetzt. Ich bin mal schlecht. Töpfstäbbel nicht. Nein, nein, nicht der, nicht der, nicht der. Er hat noch sieben Minuten vorgefallen. Dann gucke ich mir das Inhalt an. Wie gesagt, fahr da ruhig, ich komme gleich, wenn ich fertig bin. 6 von 10. Echt? Erst? Oh, nicht so schnell, Alter. Ja, hier kann ich auch ein bisschen schneller durchziehen. Fünfter Platz von 10. Ja. Fünfter Platz von 10. 08. 1. 1. 1. 2. 1. 1. Eben hatte ich einen Dreher. Ich? Ich. Ich auch. Ich kenne die Strecke nicht. Das ist so gefährlich, das Ding. Ich habe den Reifen noch ab. Glaub ich. Die. Was war das? Oh, hier machen wir immer ein bisschen, Fail, ey. Alles kaputt. Voll das Geld in. Komm. Oh. Weiter. Ich bin auch nicht kaputt. Ich bin wahrscheinlich noch im Schock. Ich bin auch von einem Lern, wenn ich 45 Sekunden auf dem sechsten Platz bin. Ich bin klar, ich bin klar. Ich bin klar, ich bin klar. Amen. Ja, ich hatte mich auch schon wieder gedreht. So, neun von zehn. Neun von zehnte Runde. Gestern nicht. Ah, ich will mal gucken, ob der erste Gang vielleicht ist. Ich habe mich gerade nicht geschnitten. Ah, das war so eine geile Runde. Mach's für Kack. Ach so, und dann sowas. Ach so, und dann sowas. Wie gefährlich. Oh mein Gott. Ja, das Rennen fängt an. Vom neunten Platz aus. Ja, wenn ich dazu stoßen kann, guck ich mir's mal an. Ja, ich will jetzt nicht wissen, wie viele Runden das ist. Letzte Runde bei mir. Moment mal. Okay, man, you get loose. Okay, man, you get loose. Vielen Dank für's Zuschauen.